...Mellentür mit bloßen Händen... Ha, die großen Pflanzen heißen Fressus filus und sondern ein einschläfern wirkendes Sekret ab. ...Selbst ich bin nicht so gemein. ...Mellentür... ...Mellentür mit dem Lacken... ...Mellentür... ...Mellentür... Musik Wie oft wir dir müssen sagen, du verschwinden, sonst wir holen Henry den Menschenfresser. Nun, ich gehe wohl besser. Trinkt einen auf mein Wohl, bevor ihr wieder einschlaft. Musik Schmeckend einsam, oder? Ja, es ist not, war... Wie konnte das nur passieren? Musik 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 Alles klar, Kumpel? Oh, ein Mensch, wie barbarisch. Wie bitte? Nun, in jedem Fall ist alles besser als diese abstoßenden Koppels. Sie sind so unappetitlich und erst die Oroga. Äh... Nun schau dir meine Fingernägel an. Ich hatte seit Tagen keine Maniküren mehr. Wie soll man unter diesen grässlichen Umständen nur am Leben bleiben? Nun... Das ist einfach nur abstoßen. So, ich... Wann hattest du das letzte Mal ein Bar? Ich bade niemals. Oh, wie abstoßend. Bleib weg von mir, du schmutzige Bestie. Auf was für einem Trip bist du eigentlich? Wir Elfen werden uns nicht dazu herablassen, mit schmutzigen Menschen zu reden. Du bist ein Elf? Sieht man das nicht? Ach, es ist fürchterlich, hier eingesperrt zu sein. Ich weiß, was du meinst. Es ist geradezu diabolisch. Was wisst ihr Menschen schon davon? Ihr seid doch nur schmutzige, schwitzende, stinkende Kreaturen. Und keiner von euch weiß, wie man ein gutes Paar Schuhe macht. Ach ja, ich vergaß, dass alle Elfen Schuhmacher sind. Ich habe einen Laden hier in der Nähe, wo ich mein ganzes Equipment habe. Ich trage meines immer mit mir herum. Welch typisch menschlicher Kommentar. Ach, wie auch immer. Ich frage mich gerade, ob du mir einen Gefallen tun kannst. Einen Gefallen? Irgendetwas Persönliches? Nein. Nun, ich möchte Folgendes von dir. Könntest du mir etwas Passwort besorgen? Es würde mir helfen, diesen Gestank hier zu überdecken. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich habe hier ein Stück Holz. Wow! Das wollte ich schon immer mal haben. Wo muss ich unterschreiben? Ich möchte etwas Feminines. Archenur oder Loeden wert holen. Hier ist meine alte Flasche, damit du das Richtige nimmst. Dankeschön. Und beeil dich bitte. Ich halte diesen Geruch nicht mehr lange aus. Ich habe die Parfümflasche mit Soda gefüllt. Und ich habe kein Taschentuch bei mir. Ich habe hier ein Taschentuch für dich. Dankeschön, mein Junge. Ich bin entzügt. Hier, bitteschön. Und hier ist deine Belohnung. Oh, vielen Dank. Und nun, geh weg und lass mich bitte in Ruhe. Gehob dich wohl, alter Knabe. Ich setze. Ich seh' ihn. Du kommst zuerst. Darf besser sein. Wir nur... Wer hat gestohlen mein Zeug? Nicht ich. Nicht ich. Du mir geben mein Zeug. Ich nicht genommen. Ich nicht genommen. Und wer hat genommen dann? Der unsichtbare Goblin? Ich nicht genommen. Ich bin nicht genommen. Ich bin nicht genommen. Ich habe die leeren Flaschen zurückgestellt. Du bekommst einen Stromschlag von 10.000 Volt von den Gitterstäben. Ha! Lächerliche 10.000 Volt! Hier! Schieb dir mal das in den Hals! Und wie bitte schön soll ich das anstellen? Hier! Schieb dir mal das in den Hals! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020